Wie kann man am besten fürs Alter vorsorgen? Diese Frage beschäftigt Millionen Deutsche angesichts von Null- und Negativzinsen. Ein starker Partner, nicht nur in dieser Frage, ist die Stuttgarter Lebensversicherung AG. Bei mir ist jetzt Filialdirektor Jochen Radloff. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier am Rande der Honorarberaterkonferenz. Herr Radloff, was zeichnet denn die Stuttgarter als Versicherungsunternehmen aus? Das Unternehmen die Stuttgarter Lebensversicherung kann mittlerweile über 100 Jahre erfolgreich in der Versicherungswirtschaft zurückblicken. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit handeln wir ausschließlich im Interesse unserer Versicherer. Das ist ganz wichtig. Bei uns ist nicht der Aktionär zum Beispiel mit tätig. Unabhängige Experten bestätigen uns schon seit vielen Jahren, dass wir sowohl im Unternehmensrating als auch im Produktrating erstklassige Produkte bzw. Leistungen bieten. Was macht denn die Zusammenarbeit mit der Stuttgarter aus Ihrer Sicht besonders attraktiv? Im Vordergrund steht ganz klar die Wertschätzung gegenüber unseren Geschäftspartnern. Hier haben wir die Möglichkeit durch unsere Maklerbetreuer, die qualitativ hochwertig ausgebildet sind, intensiv auf unsere Geschäftspartner einzugehen und dort eine optimale Betreuung zu bewirken. Selbstverständlich bieten wir auch als Stuttgarter Lebensversicherung ein gut funktionierendes Filialnetz an, sodass wir flächendeckend intensiv unsere Geschäftspartner betreuen können. Nebenbei selbstverständlich auch effiziente Vertriebssätze, Ansätze, sodass wir auch die Möglichkeit haben, entweder durch unseren Beratungsnavigator oder zum Beispiel durch unseren Schriftgutmanagement parallel unseren Geschäftspartnern alles Mögliche zur Seite zu geben, um Erfolge im Markt zu haben. Für welche Produkte bietet denn die Stuttgarter Honorartarife an, Herr Radloff? Wir sind selbstverständlich in allen Bereichen tätig, wie die Schicht 1, 2 und 3. Sehr stark ist der Fokus bei uns die betriebliche Altersvorsorge, selbstverständlich auch die Risiko-LV, Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung und natürlich auch ganz stark bei uns die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Wir wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg in der weiteren Zusammenarbeit mit Ihren Partnern. Filialdirektor Jochen Radloff war dies, er ist Filialdirektor bei der Stuttgarter Lebensversicherung AG. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr.